So, moin moin bei Senor Didi. Ich bin mal wieder hier in meinem Garten. Und zwar haben wir jetzt Altweibersommer. Das ist natürlich Ende des Sommers. Jetzt will ich noch mal gucken, was hier sich so alles ergeben hat in den letzten Tagen und Wochen. Ich muss kurz mal durchhuschen. So sieht das von vorne aus. Mal gucken. Wollen wir das Spiegel mal genau angucken jetzt. So, das ist der Garten von vorne. Ich habe auch schon einige Bäume gestutzt. Kommt natürlich hier Licht. Mal gucken. Kann man noch sehen. So, das ist mein Garten und den würde ich jetzt mal gleich betreten. Schon die fette Henne da, ne? Eine richtig fette Henne. So, dass es von hier aus ist das schlecht, weil das Gegenlicht ist. Jetzt habe ich mal ein kleines Helferlein mitgenommen. Mal gucken. Ich mache mal einen Durchgang, ne? Weil viele Blüten sind da jetzt nicht mehr. Bloß die, ich habe das alles schon mal so gestrickt. Hier kann man noch mal ein bisschen aufnehmen. So, das ist das Ende. Ja, kommt alles langsam ganz durch, ne? Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein gutes Jahr installiert. Und das funktioniert jetzt erst rein. Jetzt gehe ich mal in den Garten rein. Das wird eine Pfingstrose. Da wird doch tatsächlich eine Pfingstrose. Das ist noch gar nicht so lange her. Also zwei Jahre, drei Jahre hier eingepflanzt. Und dieses Jahr kommt die tatsächlich hier raus. Das ist ein Hammer, ne? Mit Wildrosen und von je nach so auch schön geworden, ne? Also man sieht so langsam, da entwickelt sich da was, ne? Das könnte man mal eine Pause machen. Und dann schrupfe ich mal kurz hinten rein. So sieht das halt von hinten aus, ne? Dann habe ich hier so eine kleine Barriere. Aber für die Leute, die hier leben, das auch kein Hindernis, finde ich ja auch nicht, ne? So. Jump ich mal hier rein. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal, weil das Gegenlicht ist, mal zur anderen Seite rüber und gehe von hinten nach hier wieder hin. Und mach ein Fehler, ne? So, dann fangen wir gleich mal hier an. Hier bin ich am Ende der Welt, beziehungsweise Ende des Gartens. Und hier hat sich schon einiges so getan, ne? Sieht man schon mal, eine schöne Sonnenblume. Wir haben jetzt den 20. September 2024. Ja, und jetzt mache ich mal eine Tour hier in den Garten. Ja, da sieht noch eine Jukka hier. Die will erst noch eine werden. So, dann gucken wir mal weiter. Das sieht auch schön. Das sieht auch eine Sonnenblume da. Nächstes Jahr, ne? Ich zeige euch mal alles, was sich hier versteckt hat. Kaiserwinde. Sonnenblume. Sonnenblume, Sonnenblume. So, die werden alle was hier, das sehe ich, ne? Die kriegen auch alle hier schon kleine Blüten. Aber im Grunde werden die auch riesengroß. Und nächstes Jahr sind die bestimmt zwei Meter groß. Also, die fangen jetzt noch an zu blühen. Jetzt habe ich hier... Kaiserwinde. Die wird sich hier überall breit machen. Ich hier auch, ja. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich hier die Gegend nicht mitfilme soll. Das tut ja nicht gut, ne? Aber man sieht da, so langsam entwickelt sich hier was. Das ist mal, Gegenlicht ist immer schlecht, ne? Man soll immer mit dem Licht, also Licht im Rücken haben und dann filmen. Denn Gegenlicht ist immer schlecht. So, jetzt habe ich aber... Die Sonne ganz verdeckt. Sind da schon schöne Mäuspern hier entstanden, ne? Das ist auch so ein Ölbröckchen oder so. Da blieben noch hier... Weiße Rosen. Die müsste ich mal hier abzupfen noch. Das kann sein, dass der nochmal... Äh... Blüten kommen. Da habe ich die... Ich glaube, die ist jetzt schon das dritte Mal am Blühen. Ne? Wenn man das hier so macht, dann blühen die vielleicht nochmal nach. Obwohl das schon ziemlich spät jetzt dafür ist. Ne? Aber ich mache das immer gerne so, bis... Bis es dann eben nicht mehr geht, ne? Dann lass ich in Ruhe. Am nächsten Mal schneide ich die dann. So. So. Ist auch eine schöne Rose. Hier ist schon so ein kleines Monster. Ist schon genau so groß wie ich. Die Tage fängt die Tage an zum Blühen. Das sieht man jetzt schon, ne? Fliegele. Ein kleiner. Das sind ja alles junge... Äh... Das ist ja junge Wächse, so, ne? Erstmal so ein, zwei Jahre ist es hier drinnen. Hier auf diesem Weg. Und die hier hinter, die sind ja schon ein bisschen länger darin. Die habe ich schon... Verlänger mal installiert. Cool, ne? So. Verlänger mal. Rosmarin. Und wie gesagt, wir haben jetzt Altweibersommer. Richtig schöner Tag. Das. Das will ich mal ganz kurz nutzen. Ich glaube, das wären jetzt so Knallerbsen oder was. Ach nee, das war hier... Das ist hier, glaube ich, so ein Schneeball. Nennt sich das? Das ist auch ein schöner Busch mit ganz weißen Blüten, ne? Diesen Ball, diese Schneebälle sehen die aus. Lavendula. Also, wie man sieht, die freuen sich alle hier. Auch der Moos kann ruhig hier wachsen. Er macht nichts. Ups. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir hier... eine Coca-Cola-Pflanze. Da hätte ich schon mal gesagt, wenn man hier... mal so drüber geht. Mmh. Und wenn man riecht... echt wie Coca-Cola, ne? Da habe ich mehrere Pflanzen von hier. Da habe ich gar nicht gewusst, die ich noch gebackt habe. Da ist noch eine junge... Sonnenblume. Das ist noch eine Edelrose hier, die widmet mir was. Ne? Die schon... Und da haben wir noch schon... noch eine Blühende, wie ich gerade sehe. Das ist die Rose, die jetzt ganz groß ist, aber eine kleine habe ich auch noch. Sieht so gut aus, ne? Und riecht lecker. Ui, 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 ui. Sehr schön. Lecker, ne? Das ist auch noch mal hier. Das ist eine... eine Stechpalm, eine Stechpalm, also wie sich das schirmt, das Ding, ne? Und die macht hier diese Bärchen dran. Das ist normal hier. Die roten, ne? Sieht man aber. Da habe ich hier vor drei, vier Wochen das Weiß hier gesehen. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Gehört das zu den Bären oder ist das... Das gehört nicht zu dem Gebüsch. Das ist ein Pilz. Ein Pilz an diesem Gewächs. Wollte ich schon abmachen, denke, warum nicht? Das ist da dran. Das ist in Natur. Die weißen Dinger, das ist... Da ist Pilz. Da kommt kleine Pilze raus irgendwann mal, ne? Das liegt schon bestimmt... Drei, vier Monate bestimmt schon dran. So. Wird auch nicht größer, oder was, ne? Ich habe mich aber informiert, da sieht man einen Pilz. Cool, ne? Natura pura. Und die Bären, da sind die normalen, die wachsen hier dran. Und das nochmal. So. Auch noch eine, die eine werden will. Lilien, ne? Da habe ich auch ganz viele hier drin. Kronen-Lilien. Da ist eine... Meine, nennen sie sie. Hier diese jetzt, diese... Nachtkerzen. Da hinten habe ich noch eine. Das noch... Jetzt kommen wir erstmal hier hin. Dann kommen wir schon mal hier. Na, also die sind schon hier... so groß fast, sehe ich. Und haben da schon Knöpfen, ne? Jetzt haben wir hier... den Kirschbaum. Der ist der jüngste von drei Kirschbäumen, ne? Dann habe ich hier auch noch ganz viele... die vermehren sich wie Wild hier. Das sind auch so Lilien, glaube ich. So Lilien-Lilien-Gewächse. Beim Wendel dazwischen. Da geht auch immer ein fetter Busch, ne? Ein fetter Busch unterm Kirschbaum. Jetzt hat nicht ein tolles Wetter. Cool, ne? Schauen wir mal hier. Das ist ja natürlich auch hier die Nachtkerze. Die ist dann noch ziemlich klein. Und hier so groß werden. Die werden größer als ich. Da haben wir noch was Schönes. Ich mag auch so Gräser, ne? Auch ne tolle Sache immer. Und da kommt natürlich auch ein edles Ding. Das ist... fette Henne. Vor das Jahr... Ne, vor zwei Jahren gepflanzt. Schon so ein fettes Biest, ne? So, jetzt sind wir hier in der Mitte vom Feld. Da hat die auch schon eine fette Blüte, ne? Sonnenblumen. So eine schöne Farbe, ne? Ja, die muss ich dieses Jahr mal beschneiden. Damit die schon satt werden, ne? Jetzt gehe ich noch mal hier hin. Und hier habe ich noch immer die Phlox. Soll ich mal nicht meinen, aber die blühen ohne Ende. Die Sonnenblumen, ne? Die Phlox. Ah cool, ne? Hier kommt... Neue Yooka. Also eine alte neue, ne? Die vermehren sich ja noch nicht mal. Das ist ein japanisches Krau, das kann man essen. Ein japanischer Salat. Aber ich lasse es einfach stehen. Und die Dinger hier, das sind Rauberdbeeren. Und wenn man die isst... Ups, wo sie jetzt hin? Oh, das hat sie vom Acker gemacht. Da ist sie. Wenn man die isst, die schmecken wie von Tante Emma so ein Bonbon. So, kann man hier, ne? Und das ist ja klar. Das war mal hier mal... Eine von ein paar Blüten. Das ist die erste Blüte. Beziehungsweise die erste Pflanze, wo hier eine Blüte im Januar rauskommt. Abzalea, ne? Das ist richtig schöne. Und hier drin habe ich, äh... Das ist da. Einen ganz kleinen, äh... Wie nennt sich das noch? Abzalea und hier, ähm... Ja, jetzt habe ich den Kopf kaputt. Da wird richtig schon der Busch mit schönen Blütenpannen, ne? Wie ich sagte, gleich da geht das noch. Aber ich habe das ganze jetzt nicht auf dem Schirm. So, das. Und natürlich das hier. Muss ich einmal nach kurz hier reinschauen. Ne? Ne? Sieht da schon was, ne? Also im Grunde, wenn man sich das Feld anguckt, ist es richtig toll, ne? Kann natürlich das Eisenkraut... Flieder... Sonnenblumen. Das ist in der Mitte des Feldes, ne? Und da ist ein... Stachelbeerstrauch. Habe ich einen Stachelbeerstrauch? Mein Opa hatte früher drei, vier Stück. Ich glaube vier Stück. Und die waren lecker. Jetzt muss ich mal Pause machen, dann kommt eine Schwarztüte. So. Ja. Sie hat ihn nicht gesehen. Ja, wenn die hinsch nixer Quatschen mit mir da... So... Dann ist der Film voll. So. Verbüte sindшeme schonmal, ne? Auch verbüte, hier schon kleine... Die haben fortsattoren gedrückt. Also bei mir ist in ganzen jensten Jahren schon mal... jahr blüht irgendwas das ist ein weißer flieger den ich noch gesetzt habe der wird noch was immer hier ist ein bisschen unterernährt irgendwie da muss man gucken da mal kompost drauf machen das ist über die nachtkerze warte mal und jetzt mal jemand schwenkern habe ich ja da so weit also auf dem schirm das muss ich mal hier auf der anderen seite das schon alt ist das ist schon eine alte blume ja auch nicht das ist auch eine fette henne soll wirklich fett holen so habe ich hier den flieger den habe ich aber schon beschnitten so ein bisschen dass sie nicht so mächtig sind so dann gehe ich mal weiter das will ich aber noch eins machen die sonnenblume die ganz große sonnenblume die ich mir jetzt mal führe mal gucken ob ich das hintere da steht sie ist das nichts das ist ein bisschen überbelichtet also mit seinem handy zu filmen ist nicht so einfach aber einfacher ihr habt ihr das immer mit der spiegelreflexe habt alles ja man sieht es ja schönes kind so also das war jetzt die fette henne hier habe ich da hinten auch schon was dran gebastelt noch mal die fette henne und da hinten habe ich noch die die kleine hier ne die ist auch cool die habe ich alle mal so ein bisschen gerichtet weil hier so viel wind immer schon ist cool ne so jetzt jump ich mal hier so durch da bin ich noch rose aber die rosen sind auch gut geworden jetzt hier richtig schöne große dinge an die sind schon halb so groß sehe ich also richtig stabil wo die ganz jung waren da haben sie mir die immer geklaut jetzt wo die so dick sind ich glaube da zocken sie nicht mehr zu viel das ist eine jucca die hat dieses jahr geblüht schon feinsten das ist eine jucca die noch mal eine werden die verschenke ich nächstes jahr einer frau die wollen eine haben das ist im grunde gerne freiland jucca die rosen kann man noch mal sehen ja ich muss immer aufpassen dass hier ich will nicht so viel privates von den leuten jetzt film aber man sieht das ja das ist das schon ganz gut geworden ist eine richtige front schon hier schön da sieht man so sieht man nicht dass die hier das ist jetzt hier die zweite kirche die ist jetzt fünf jahre vier jahre alt die ist drei jahre alt die kirche da steht die ist vier jahre und dahinten steht nur eine die ist fünf jahre also die ist die älteste und ich fange jetzt nächstes jahr richtig an zu blühen und werden kirchen machen kirchbäume süßkirche knorpelkirche vom aller feinsten läuft mir jetzt schon wasser im mund zusammen aber ich denke mal da habe ich ganz viele mit esser hier weiße und schwarze muss immer schnell sein auch noch schön rein richtig schön auch ne wie man ja rosmarin ganz jung noch ne da habe ich immer meinen lauch wenn ich meine eierchen esse muss man ja auch haben ganz klein rosmarin die werden aber jetzt auch schon größer die 20 immer so klein an so also zehn zentimeter und dann stecke ich die immer so ein bisschen schräg rein dann mache ich mit den lingen ja auch mit der coca cola pflanze ne da kann man so ein stück abmachen ja so ein stück zeit bricht das ab steckt das in der erde aber tut eigentlich gerade rein sondern schräg rein schieben und ist ja dann so und dann wächst das so an ohne wurzeln war schon richtig dicker dickes ding geworden ne die riecht ich dachte wenn man eine coca cola fleisch aufmachen ne ja haselnuss aber die kann sich hier nicht entwickeln die schneide ich immer dass er nicht so dicht wird so das sind meine zweiten feld Lavendel auch ganz klein ne aber die werden langsam ne man sieht ja noch nach ein zwei drei jahren wird das immer was freiland juka freiland juka jetzt haben wir noch hier habe ich auch noch eine edelrose kletterrose wollen da ist noch so eine muschrose hier habe ich noch so eine waldrebe so da haben wir noch mal coca cola pflanze die wachsen auch ganz gut wie gesagt die hätte hier letztes jahr nur ein stück oder zwei stück rein gemacht schräg im boden so dann wächst das so an kann man ja dann wenn es wächst gerade machen ne dann werden richtig fette Büsche so das ist hier wieder Lorbeerkirsch ne sind ja viele am schimpfen über Lorbeerkirsch aber muss man im Zauber halten ganz einfach ne so zapp zapp guck ich mir das nochmal an jetzt habe ich hier schon ein Vogelhäuschen besorgt hehehe mal gucken wer sich da einnistet nächstes Jahr noch eine coca cola pflanze die wachsen echt schnell ne wie gesagt auch die habe ich so klein zentimeter eingesteckt und dann wachsen die so schnell ne auch ein fettes piece geworden cool ja das geht jetzt richtig ab wenn die erstmal angewachsen sind ne alles so Zierbüsche so ne habe ich die ganze Menge reingemacht hier das ist natürlich sehr schön das hier und da hinten hatte ich noch einen weißt du nicht haben wir gerade jetzt übersehen Hibiskus der macht richtig tolle Blüten und so wie ich gesehen habe macht er so sogar gefühlte Blüten zwei Stück habe ich davon mal gucken was sie nächstes Jahr machen die werden auch aus Büsche und dann haben die richtig schön so Glocken so Glockenartige Blüten ne aber richtig schöne Labendula da schreibt mir einer der einen Film von mir gesehen hat hier von dem Garten da sagt er warum sind da so viele Blätter da habe ich ihnen geschrieben die sind bestimmt von der Bäume das ist ein Wildgarten hier ich tue da nicht groß rumzaubern und einen auch schön machen sondern ich lass das so wie das ist die Natur da holt sich das ja alles wieder ne ich würde noch ein bisschen den Chef machen hier dass er nicht zu buch hat ne aber so im Großen und Ganzen lass sich die Natur baut ne da habe ich noch eine Freilandhooker da ist noch eine Edelrose ne hab ich hier noch einen Flieder wieder den habe ich auch schon beschnitten ne so da haben wir noch eine also die sind schon groß geworden jetzt hier die hat aber schon eine gewisse Größe jetzt hier Coca Cola Pflanze na wirklich schnell wachsen die in einem Jahr ne so auch so eine Zierpflanze ne Bodendecker und das ist die junge Kirsche hier also im Grunde sind die alle fast gleichaut ne also kann man sich ja mal angucken so drei vier vier fünf Jahre sind die alle zusammen out ne ich glaube 18 oder 19 18 hab ich das komm mal sechste Jahr jetzt nächstes Jahr wäre das sechste Jahr glaube ich kann man das jetzt so keine Ahnung ach wo ist jetzt das Licht das Licht kann man da einstellen heller und dunkler ja das ist überbelichtet ne ich müsste mir mal mit dem Handy mal ein bisschen auseinandersetzen wie die Kamera hier funktioniert ich finde das ist ja mal so ein bisschen überbelichtet ne das ist zwar 4k aber das ist auch noch schön wie von Kollegen gekriegt Fahnenkraut aber nicht so normales hier so das urzeitliche sondern ist noch was anderes hier habe ich so auch Fahnenkraut ne das geht aber auch noch was dann wäre ich für die Speziale da macht auch die ist auch schön ich würde sagen dann bin ich jetzt hier ruhig mit dem Feld und man sieht es ja man kann aus verwilderte Ecken kann man was schönes machen ne so da nochmal da ich habe das Ende da habe ich so gemacht dass da nicht jeder reinhopsen kann und so sieht das dann hinterher aus ne so jetzt sehen wir nochmal von hier ob das irgendwie geht so na so wenn man die Hand davor hat dann blendet das nicht so ne ne ein langer Weg das sind 40 Meter Strecke ne tschau tschau